Hallihallo Freunde und Herzlich Willkommen zurück zu Trouble in Terrace Town und Irgendwer hat mir grad die Sniper weggeschnappt. Mit dabei ist der Cyberbot. Haloha! Die Nabucca. Hallo! Der Henki. Ja. Der Reaper. Uhu! Der Snai. Guten Tag. Der Jojo. Hallo, ich bin Spider-Man. Na! Mr. Wanwa. Hallöchen. Und, äh, seh. Enhain. Sagt einfach Exe. Einfach Exe. Einfach Exe. Einfach Exe. Wie kommt man denn hier raus? Hast du da durch die Tür ja gut. Und! Ich muss ja was zu dieser Harte sagen, ne? Und der Raid ist auch mit dabei. Nein! Begrüßt das hier an! Hey, du bist verletzt. Ähm. Hat irgendwer Boxen dann? Weil ich manchmal mich doppelt höre. Ich nicht. Da ist Friendship. Friendship! Alter, ernsthaft? Jetzt schon? Alter! Wir schlägen das denn bitte! Ich finde, wir sollten was zu Delikate sagen. Also, die ist ja viel zu riesig und es gibt viel zu wenig Waffen. Nein! Nein! Es gibt gar keine Waffen! LOL! Oh! Aber schieß auf mich! Hey! Ich schieß nicht auf dich! Ich schieß auf die, äh... Ich hab noch immer keine Waffe. Ich bin gar nicht bei dir. Snail geschossen. Was? Wer hat jetzt auf mich geschossen? Ich hab nicht auf dich geschossen. Au! Ich glaub Snail hat geschossen. Ich schieß auf die Mama runter. Haha! Nein! Noch nicht gleich mit! Hahaha! Tanki! Äh... So! So! Ah! Hier! 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 Seilber oder Reaper? Reaper und Tanki, glaub ich! Reaper sind ein Deadwanger! Raid! 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 Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ist er schon wieder Deadwanger? Heiß, 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 heiß... Heiß... Nein, da geht's jemand nicht ganz so gut. Sorry. Detective, geht's? Achso näh, achso doch du wurdest angezündet, oder? Ich? Da hat man wenigstens einmal ne Waffe gefunden und dann gleich... Ich hab eh Juri erschossen. 4 Traitor bei 10 Leuten ist wirklich einfach so wichtig, das war wie letztes Mal. Ach, Mist. Ich weine jetzt nur mal, ich konnte mir grad mal ne Waffe besorgen. Ich konnte die ganze Zeit jetzt mal, ich hatte mit einem Kack-Rifle, da konnte man gar nix machen. Hiermit hat man dann schon gerade rumlatscht. Ich hab's jetzt mal wieder runter gedreht, ich glaub jetzt haben wir gleich drei. Er ist total kacke, wenn man Traitor ist und die ganze Zeit zugekommt. Ich muss wie die Kollegen alle Kills machen, weil man selbst ne Kack-Waffe hat. Exe, das war meine Farmers. Was soll ich denn sagen, ich hab grad jetzt ne Waffe bekommen, dann war ich auch schon tot. Meine Farmers wieder, ey. Wir müssen heute nicht mit dir drauf gedreht. Warum? Ich weiß, das ist der Unterschied von der M3 S90 zur PAM-Schule. Aber eine Farmers ist gut. Oh, da hat jemand... Boah. Der M3 S90, die ist genauer, kann schneller schießen und macht glaub ich mehr Charme. Ne, die, äh, Dings, die Pump, also die M3 S90 ist dasselbe wie die Pump eigentlich, wie die Pump Shotgun. Ob schon kann. Ja, der sieht doch die Pump Shotgun. Ich hoffe, wir haben jetzt drei Traitor. Auf was hast du dich jetzt eingestellt? Auf was hat drei Traitor. 0,33. Ja, dann dürften wir drei Traitor haben. Kann einer mal der Traitor sagen, wie wir Traitor sind? Ich hab zwei Kollegen, also passt. Na, na wo. Wahrscheinlich ist das was? Ich hab mal drei Traitor. Ich hab mal sieben Kollegen. Ist Navoka jetzt Traitor oder nicht? Nein. Ah, nicht schießen. Also ich hätte für sie umzubringen. Hey, du bist ein kranker Mensch. Der hat jetzt die einzige Zeit geantwortet. Vielleicht können sie auch mal so ein bisschen anstrengen dazu, jemand umzubringen. Das muss Cyberbot entscheiden, ob ich denn sterben soll. Freak ist es, da oben ist ein Headcraft in der Tür. Kann man dich auch so ein bisschen anstacheln da oben? Ne, ne. Wieso da oben hin? Wieso da oben hin? Oh. Da ist ein Wanda. Äh, da ist die Luft geflogen. Wow. Alter. Wuh. Scareprank. Scareprank. Man kann dir in alle Häuser rein, alter Schwede. Rake, was geht bei dir ab? Wir haben ja noch gar nicht aufgefeuert. Äh, ich hab, hier sind irgendwie Leichengrad von der Decke gekommen. Ich bin irgendwo unter der Map. Leichen von der Decke? Unter der Map. Ach, dann kommt die Leichen. Ach du, das ist natürlich. Die kommen von überall. Da bist du wahrscheinlich genau wie die Leichen. Ich bin wahrscheinlich gerade zu Raid-Leichen. Aber kann die auch noch hoch in dem Haus? Ähm. Reepa. Auf jeden Fall kann man in den Keller, da unten kann man was aufsprengen. Glaubt mir, ich würde niemals auf dich schießen. Keine Angst. Okay. Ja. Trade down, hast du keine Waffe. Vielleicht ist das Haus so hoch, dass er waschen soll. Ah, da kommt er. Der Snail ist tot. Und Snail ist tot. Ich wollte gerade sagen. It appears a bloody knife was used to kill them. Ich glaube, er wurde vom bloody knife gekillt. Oh, bloody knife. Ja, wohin ist die gelbe Spur gegangen? Wohin ging die gelbe Spur? DNA nehmen. Und mich jetzt abknallst, ne? Die gelbe Spur? Ja, es kommt nur so ne gelbe Spur beim bloody knife. Nein, jojo. Man kann hier aber wirklich anschauen, ob alle Dächer unbekommen ist. Das Knight muss man sagen. Du kannst da, wo der Extra Blanchard reingeschlagen ist, dann kannst du rausgucken. Das Haus hier ist ja voll verlassen. Das bin ich. Das bin ich. Wie kommt man da hoch? Ich will da auch rein. Da ist ein Aufzug. Wo? In einem der großen Häuser ist ein Aufzug drin. Hier wird randaliert, aber hier kann man ja nicht großartig was machen. Oh, ich begehe keinen Suizid. Ne, ich begehe keinen Suizid. Ich werde zum Treppenhaus sind. Boom! Kabam! Jojo! Jojo! Der Hack ist schon so verdächtig verfolgt. Wow! Man kann hier durch die Treppen durchlaufen, Alter. Was hab ich getan? Was sind das für Leitern? Sieht das hier jemand von euch? Der tot ist? Hey, guck mal. Man kann hier durch die Leitern durchlaufen. Und runter kann man auch nicht. Ey, da kommt der nicht runter. Ach, Mann. Für immer gefangen. Ich weiß nicht, dass der ein Geocleaper ist. Das wäre irgendwie nice. Ey, hier ist eine Leiche. Lol. Hanky war Traitor. Er ist durch eine Explosion gestorben. Mach, mach, mach. Mach, Coltete. Ja, mach ich. Das ist aber schwer hier hochzukommen. Ich glaube, hier kommt eh kein Traitor hoch. Ja, Mann. Ich mach da. Ja, ich hab gecalled. Ach, wirst du da aufgeben? Habt ihr hier im Haus gefunden? Hier kommt man nicht. Ach, bist du bei den Rettungstreppen? Wo bist du? Durch irgendeine Explosion ist er gestorben. Ach, da. Ja, komm mit. Nein. Kommt man da rum. Ich weiß, wo X ist. So. So, ich, ich. Lassen geht schlafen, so. Hat irgendwer denn Waffe für mich? Das sieht so genial. Hey, es ist Jojo, Jojo. Äh, Deadwinger, Deadwinger, Jojo. Jojo war noch schon fanzamt. Jo, stimmt. Alter, ich komm aus dem Ding nicht mehr raus. Sag mal den Ort wenigstens. Ach, Mann. Ich hab ihn jetzt auch gekillt, glaub ich. Okay. Ja, gut. Er hat ja keinen Märtyrer. Jo. Ich seh Jojo nen Tipp. Mach deine Taschenlampe aus, wenn du ein Deadwinger bist. Ich geb den Tipp. Mach das Ding einfach besser. Mir tippe ich. Ich hab den Deadwinger nicht entwickelt. Oh, ich hab ne Silent Sniper von ihm aufgesammelt. Raid. Na wo? Detective, wo bleibst du? Ne, ich fang damit auf. Ach so, gut. So, die beiden sind da kuscheln hier jetzt aufbreden. Gibt's hier Waffen? Wachen wir mal, kommt nicht zu irgendjemanden hin, weil ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Waffen? Waffen. Es ist irgendwie das falsche Argument zu sagen, dass du ne Waffe brauchst, ne andere oder so. Wieso? Ich hab doch hier... Jojo hab ich gekillt. Jojo hab ich gekillt. Ich weiß nicht, als Inno. Jojo ist hier grad hochgekommen und hat mich gekillt. Also versucht zu killen, war im Deadwinger. Wer ist denn jetzt eigentlich alles grüßen? Okay. Für mich ist Exe komplett. Kannst extra noch DNA nehmen, wenn du dir sicher sein würdest. Wo? Ey, hier steckt ein Headcrap-Lounger drin, die hat auch noch versucht, über den Headcrap hochzuschießen. Ist er wieder ins Essens gestorben? Hanky ist durch... Ich hab keine Ahnung, weil ich hab die Leiche gerade... Ach Hanky ist durch den Headcrap-Lounger gestorben, hier steckt ein Headcrap-Lounger drin. Raid, warum hast du nicht so ne Hand? Ja, Exe ist verstrecklich. Weil ich annahmend bin. Die Leiche... Ich hab ne Silent Sniper übrigens aufgesammelt von dem einen. Ja, ja, ja. Weil ich grad die Leiche... Wie ist es aus den Türen zugemacht? Jetzt. Wann war? Ja. Mach das alleine unter euch aus. Okay, du lebst noch. Ja, ja. Ach, ich... Okay, ich seh dich. Ja, ich hab das Silent Sniper aufgesammelt. Warte, wer ist hinter dir? Hinter der Sniper hat jemand. Ja, ne, ich hab Vertrauen in dir. Du bist Proven für mich. Du hast Vertrauen in dir. Du hast Vertrauen in dir. Na, der sagt Exe ist Proven. Ja, sag ich auch. Wo hab ich auf ihn geschossen? Wer schießt denn da? Du hast doch grad geschossen, oder? Mit der Siegel. Und dann mach ich... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal hab ich grad noch gesehen. Aber die anderen sind ja... Schon wieder. Nee, dreid noch. Hey, ex. Dreid. 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 Loll. Da hauen sie mir den Headshot rein. Das glaub ich jetzt ja. Warte mal durch. Ich bin doch besser nen Rocket Launcher genommen. Komm. Ich bin doch besser nen Rocket Launcher genommen. Der sich, der sich, der sich. Ich bin, ich bin angekommen und hab ihn runter geschossen und bin direkt hinterher gesprungen. Du見st sogar geil aus, Alter. Lass. Lass. Okay, lag. Keine Sword-Off. Wo ist die Sword-Off? Bei mir ist doch, bei mir... Nein, du holst hier keine Sword-Off. Nein! Keine Macht 10 gibt es hier immer. Keine Software, du hast jetzt keine Software, ey. Keine Software. Ja, ja, ja. Ich will sofort eine Software. Detektion! Oh, Lack! Lack, ein Luggi-Lack. Raid, komm mal mit. Warum? Wenn ich dir was zeigen will, komm mit. Äh, gleich bist du tot. Nein, komm mit. Alles gut. Ach man, das ist so wundervoll. Ach man, das ist so wundervoll. Schieß, Yoyo, schieß. Du schießt, Yoyo, schieß. Ich will die Sorderfarbe schaden. Was schießt denn jetzt hier auf mich? Ich hab ne Farbe, wo man das auf dich geschossen hat. Ich glaube, da ist schon jemand tot. Ja, scheint der Fall zu sein. Ja, nicht in diesem Motto. Also wenn ihr ne Leiche von einem Volk holt. Weil Yoyo auf mich geschossen hat. Ich hab auf gar keinen geschossen. Yoyo hat überhaupt nicht auf dich geschossen. Er war grad noch bei mir. Da war aber hier einer. Die Schusskamera aus Yoyos Richtung, wo wir hier hingegangen sind. Deswegen hab ich auf Yoyo geschossen. Jetzt ist Yoyo sehr verdächtig. Schwieg, welche sadistischen Pläne hast du hier? Oh, alter Schwede. Wo bist du denn? Ja, du musst mich suchen. Ich wollte dir unten den Keller zeigen von dem Gebäude mit den Leichen und so. Hallo Henki, was hast du für ne Waffe? Warum willst du mir einen Keller zeigen? Mit Leichen. Du verfolgst mich hier die ganze Zeit Henki. Gibt es in dem Keller aus Süßigkeiten? Ja, ja. Schokoladenbrunnen. Nur. Schokoladenbrunnen. Hey, hier ist ein Detektiv. Es gibt Schokoladenleichen am Spieß. Du bist auf einmal Detektiv. Wer ist auf einmal Detektiv? Ach, Navokas Detektiv. Ach, das war Navokas eben. Ja. Warum traut mir niemand zu, dass ich Detektiv bin? Äh, aus dem Prinzip. Warum sollten wir? Henki ist es. Henki ist frei zum Abschuss. Wo ist denn der? Henki. Er ist hier draußen auf dem Platz. Henki. Hey, hier liegt die Leiche. Hier liegt die Leiche. Henki. 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 Where are you? Langzum ein bisschen. Fuck. Dahinten ist immer gestorben. Ja, das könnte Henki gewesen sein. Reicht wieder. Reicht wieder. Headcrab. Freak ist es. Freak ist es. Ja, der kam direkt zu der Leiche. Freak, blöd, dass du mich in den Keller gelockt hast. Ich hab den, hab ich die ganze Zeit verfolgt. Cyberbot. Was hab ich die ganze Zeit verfolgt? Bin mit dir hochgegangen. Bin in der Außen hinterher gelaufen. Wow, sorry, dass ich den Lift benutzt hab. Äh, na wo. Nein, es geht darum, dass die anderen beiden gerade auf einen Traitor geschossen haben. Oh, verdammt. Dann noch der Det ist, ich weiß, dass ich Inno bin und dann noch du existierst. Kann ich dich damit auch heilen, wenn du es mir gibst? Kannst du dich doch selbst heilen. Ach, kannst du selbst heilen, okay. Okay, okay. Weee, 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 weee. Wer lebt denn noch und wer ist konfirmt? Also Cyberbot, ich glaub, du bist grad hart am Kaufen. Ich bin grad hart am Kaufen. Und ich hab kein Mikro. Cyberbot war grad hart am Kaufen. Alter, ich, ich bin hier leckts grad, ich hab grad nen Connection Problem. Der kauft. Leute, wenn ich abgeschossen werd, dann wartet einfach, okay? Ich hab nen Connection Problem. Auf die Erlösung. Auf die Erlösung. Navoca, er kauft. Abwarten acht Sekunden, dann bin ich weg. Bist du doch immer weg. Wartet acht Sekunden, dann bin ich weg. Wartet acht Sekunde, dann bin ich weg. Vier, drei, zwei, eins, und weg. Hallo? Hallo? Okay, einfach Definitiv. Ach man! Ich hab's doch gesagt, ich hab's doch gesagt, dass wir kaufen... Nee. das problem war du gehst um die ecke ich denke mir was macht jetzt wird doch mal ich sehe nicht nichts was passiert ich habe schon ein headgep fällt und du musst als erster lang gehen dann fällt eine leiche von der decke das ist ganz interessant okay man wann war du hättest nur wenigstens eine waffe lassen können ja ich bin rausgeflogen man die shotgun wenn du auf 3,33 eingestellt das haben jetzt nur noch drei traiter 2 2 meint ich du bist so gegen das gitter gelaufen also sich der detektiv und rappelhoop wenn er sich auch wer hat eigentlich direkt am anfang reaper gestiegen auch gehört ja vielleicht diablo hallo weeper und so traiter lassen wir das haar runterfallen ich glaube das fällt irgendwann von alleine runter oder keine ahnung ich weiß nur dass sich da hinten das haus gerade am ende von selbst aufgebaut hat weiter wie so ein 3d drucker oder was ja das da hinten weißt du schau da hinten das große das sah so als hätte sich das weiter aufgebaut das reaper eigentlich jetzt definitiv traitor oder nicht ja keine ahnung aber also jemand hat seinen namen am anfang gebrüllt vielleicht liebt er ihn auch heute red kommt so oft wie zu gerannt er hat es dort werden doch mit rap Der muss ein bisschen gut sein. Ja, hab ihn. Oder Dead Ringer, Dead Ringer. Hanky, 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 Hanky. Oh, wo ist Hanky? Hinten bei dem Polizei-Auto. Jetzt hab ich ihn aber sicher. Ahja, ok. Der Raid ist tot. Hanky, wo er redet sich über den Gebäuden auf. Ich hab'n... ich hab'n Doppelgänger, ich hab'n Advanced Sensor. Ich hol' mir einen Detektiv. Ihr wurd gesniper. Call Detective. Freak ist hier, 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 YouTube. Freak ist hier, Freak ist hier, Freak ist hier, Freak ist hier, Freak ist hier! Mach nichts vector ding text 330 ciamoß shop caaische test igration ��고 background Flu- GREEN-GPG- Daten austin mara- defense � replacement liquide count Also Silent Sniper heißt irgendjemand und der Detective scheint kurz zu sein. Da oben ist jemand, der schießt mit irgendeiner komischen Scheißwaffe. Ja, ich seh's, ich seh's. Oben auf dem Dach, gegenüber von Banu. Ja, warte, ich muss mal gucken, wie man da hochkommt. Was war denn das für ne Waffe? Irgendwelche blauen Strahlen, ne? Ja, immer Raygun. Ja, das ist die Raygun, oder Raygun heißt die. Geh mal da rein. Komm mal da hoch. Hier ist nicht mal ein Eingang zu dem Haus. Nach Grapple hoch, oh mein Gott. Da kommt man überhaupt nicht hoch. Man kann denjenigen da oben nicht umbringen. Ray, kommst du mit? Natürlich, ich vertraue dir's nicht. Ja toll, was soll man denn da machen? Was hast du mit deiner Hand? Oh Gott, Mono. Welche Strohfin ist das Freak? Welche Strohfin ist das Freak? Hä, wo ist die hin? Das war der Smoke. Verpackt. Ich hab noch 6 HP. Ah! Oh wow. Der war da. Der war da. Der war da. Das klang nach... Ach, da war die. Okay, Ray. Ray, sag ich schon. Ach, der ist ja tot. Haha. Äh, Snay, pass auf da draußen, ne? Da hängt irgendwo, irgendwo ein Camper auf dem Dach. Sehr erwachsend übrigens, an der Stelle. Ich würde vermuten... Das hier Dete, oder? Ach, Hanky ist es. Okay. Oh, uh. Pass auf. Pass auf, Frick. Wow. Wie die da reinziehen. Ja, schießt eine Munition weg. Nein, das Ding hat unbegrenzt Munition. Echt? Aber wenn er hier nicht reinkommt, dann haben wir gewonnen. Das ist ein Problem. Weg geh nicht raus. Lass ihn reinkommen. Der Einsatzkommando kommt! Da ist nichts, da ist nichts. Hanky! Hanky, wo bist du? Komm her! Wir suchen dich! Wir hoffen dich! Komm her! Gut, gut, gut! Jeder sich selbst der Nächste! Hau rein! Hanky, komm her! Ja, gut, gut! Komm her! Oh, das ist nur leicht schon. Ne, pass auf nicht, dass er gleich von hinten kommt. Vielleicht ist er oben durchs Fenster reingegangen. Okay. Ich hab ne Tür gehört. Wo bist du hin, Hanky? Äh, Snape? Äh, in ein anderes Gebäude. Und Hanky, warum sprichst du nicht? Wir wissen doch, dass du Traitor bist. Du kannst doch trotzdem reden. Warum soll ich nicht sprechen? Ja, einfach weil wir hier für Zuschauer ein Entertainment-Programm aufbauen. We love to Entertainment-Programm aufbauen. We love to Entertainment-Programm. Oh, krass! Ne, Hanky! Ernsthaft? Was Hanky hier macht, ist pures Entertainment-Programm, muss ich sagen! Bist du nicht tot? Bist du nicht tot? Bist du nicht tot? Bist du nicht geil! Hanky, komm her! Brut, brut! Ladenbrunnen für dich. Ich komm von oben! Ja. Ich hab'n Schokoladenbrunnen. Ich geh' jetzt in den Keller. Kannst nachkommen, du willst. Na, komm Henke, komm her. In den Keller. Komm in den Keller. Weißt, wo der Keller ist? Du. Aha. So ist es. Alter, wie? Wies. Wies. Ja. Der letzte, den ich gesehen hab, der mit der Raygun, äh, gecadlet war Syrix. Das Problem ist, wenn man da oben aufm Haus drauf ist, da kannst du gar nix machen, weil das Haus ist so weit, geht so weit nach hinten, da kann man sich viel überzwecken. Ja, aber da hast du so weit nach hinten latschen, das hatte ich aber gesagt gerade. Vorne, denke ich. Wobei, Hanky war noch vorne. Ja, er hat man gesehen. Er war aber die ganze Zeit vorne, weil vorne hab ich ihn nicht gesehen. Muss ich echt sagen, der war so ganz nice. Das war voll fies. Das sah aber so genial aus aus seiner Sicht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Fanno. Oh man, wer hat mir schon hier die Form auch weggenommen? Weiß nicht, aber ich ist ja leider. Der Ort aus ist ja auch. Ihr könnt mich gleich mal an- Hahahaha. So hat Raygun nicht gemobbt. Nee, nicht gemobbt, Alter. Ihr habt doch hier alles vorne ausdreckt. Woah. Jetzt dürft mich jemand mit der Disco fast auf die Treppe. Wer ist das hier? Oh Gott, der Ripper, nein. Ist jetzt schon jemand tot. Alle sind im Keller. Noch nicht. Ich hab eigentlich schon wieder. Ich hab noch nicht mal ne Wache. Eine spaßige Runde. Yeah! Ein spaßiger Runde! Jawoll! Ach, das ist die Traum! Hey, jemand hat Rebound gebracht. Ich bin fast tot übrigens. Ich weiß nicht warum. Auf einmal Schaden gekriegt. Nein, Freak darf nicht sterben. Ja, ich seh's grad. Ich weiß auch nicht woher. Ja. Ja. Ich bin grad erst reingekommen. Ja, aber du bist da von dem Kampf weggegangen. Oder? Nein, ich bin erst rausgekommen und dann hab ich nur die Schuße gehört. Boah. Fässer entschärfen. Wenn ich tot bin, was wann war. Mhm. Hey, das ist immer wieder. Mal wieder aufzufahren. Hey, da sind wir wieder. Ja komm, das ist aufzufahren. AW, du bist T. Oh! Jojo, folg mir hier runter. Ich wollte hier echt ner Waffen ausschalten. Jojo, kaufst du grad ein? Nein. Du standst grad. Achso. Du standst grad. Warte. Warte, warte, warte. Ich mach schon. Was ist eigentlich passiert, dass du so verletzt bist? Ich hab keine Ahnung. Ich hab auf einmal Schaden gekriegt, als ich über den Platz gegangen bin. Wir sind hier unten. Hier unten ist ja übelst das tiefe Loch. Warte. Warte. Hey, der Aufzug ist da. So. Auf ins Aufzug. Auf ins Aufzug. Auf ins Aufzug. Auf ins Aufzug land. Auf ins Aufzug land. Henke, hast du ein Grappelt? Oh, hier geht der noch weiter. Was war denn da wohl? Da war so ein komisches Geräusch. Gibt's bestellen. Da war irgendwie so ein komisches Geräusch. Vorsicht, hier kann man sogar reinfallen. Echt? Traderfall oder was? Nein, guck mal auf das. An der Ecke. An der Ecke ist so ne Stelle frei. Bei dem Feld. Wow. Wow. Warte, warte. Er ist explodiert. Noch. Wow. Ich glaub das waren alle. Ja, wenn wir's hoffen. Puh. Alter. Hier geht's ja noch weiter. Warte mal. Raid! Da hinten liegt Raid. Der war T. Wie ist der denn hier hingekommen? Kann man hier durchgehen oder was? Raid war T. Warte. Ist er aber kaputt geschossen. Wir haben Raid gefunden. Wie ist der hier? Ach, hier ist noch ein Eingeladen. Wer hat gesagt, ihr habt Raid gefunden? Hä? Reaper lebt wieder oder was? Ja, der ist Eno. Wer hat gesagt Raid gefunden? Wir haben Raid hier im Kanal gefunden. Derjenige der gesagt hat, der hat Raid gefunden. Der hat ihn wiederbelebt. Wir könnten ihn töten. Ne, der ist tot. Der ist tot. Wir haben hier die Leiche. Wir haben hier die Leiche bei ihm. Wir können auch den Detective geholen. Komm an die Detective. Julio komm an den Detective und belebe ihn nicht wieder. Nein, ich will ihn hier ins Loch schmeißen. Call den Detective, damit er sich die Punkte holen kann. Äh, ich hab die Punkte schon. Achso, dann schmeiß ich ihn hier ins Loch. Ähm. Leute, hier liegt ne Leiche und die kommen da nicht an. Weil der die Detective die Punkte hat, kannst du ihn da reinsteißen. Oh. Hier haben wir einen Parkflischer. Na, da bin ich. Reaper hat einfach Freak abgeknallt. Ich hab ihn gekillt. Nein, nein. Der Dete meinte doch, er hat schon die Punkte. Achso, er hat schon die Punkte. Okay, gut. Reaper ist aber wiederbelebt worden. Ja, Reaper ist jetzt tot, er hat einfach Freak gekillt. Ja, das war doch Sinn der Sache. Alter, die Erde wackelt, wenn ich die Leiche bocke? Wenn er wiederbelebt ist, dann ist das doch klar. Nein, sobald ich an der Leiche nur stehe. Also, langgegangen bin, hat schon die Erde gewackelt. Wart mal, zwei Trailer sind tot. Wir haben jetzt... Leute, ihr gibts zu, dass du aufgeregt bist, wenn du bei ihm stehst und dir die Knie zittern. Hä? Hier ist ne Sackgasse. Leute, könntet ihr Cyber bitte umbringen? Achso, ne. Warum? Warum? Ich hab grad... Ich hab grad... Ich hab grad... Wer eine Freak abgeknallt hat. Was hieß? Alter, ich wurde wiederbelebt. Von Detektiv. Ich durfte nicht mehr sprechen. Der Freak ballert auf mich. Ich dreh mich um Knallen einfach ab. Du hast mich einfach rücksichtslos abgeknallt. Was glaubst du Traitor warst? Achso, ja. Jetzt macht's auch Sinn, warum dann CyberBot K.O.S war. Ich hab's eben nicht gekickt. Er war auch Traitor. Ach, nö. Okay. Ach, der hat da seit nicht mehr mitbekommen. Wie ich gesagt hab, weil das Freak mein Kollege war. Das ist natürlich sehr cool. Ja. Waaah. 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 Komm, ein bisschen alles zusammenhub. Keine Ahnung. , das Sparkert, wir bringen uns um. Hangie Traitor pass heut oder was? Das ist es so n Ding was in der Mitte einen Todespunkt hat. Ja echt? Nein, aber ich bin hier gleich multiplication abknapp. Einfach so kannst du sterben und dann bist du tot. Piu, Bindustrie, bist du im Shop? Ne, leex abknapp. Achso, du is gut. Ist da jemand gestorben gerade? Du gehst ruhig rein, geh du. Ja, Lady Sursen, geh mal rein. Wauw, joi! Ja, Henk. Wo ist der? Da oben auf dem Dach ist er! Ach wie letztes Mal. Auf dem selben Dach. Geht da rein? Ja, dann kann derjenige, der jetzt einen Riffler hat. Habst du eine Komme reingelegt, oder was? ich habe ihn erwischt mit meiner ist auf demselben dach wie letztes mal wenn du keinen credit bekommen hast dann scheint er echt den schaden schon so lange vorher bekommen zu haben dass er sich wieder aktiviert hat aber er muss immer auf dem selben dach sein auf welchem dach ist er denn auf dem von diesem einen weißen haus da mit den schwarzen fenster ok kümmern wir uns an gesnipert da oben ist keiner reaper leute lassen ihn da oben jetzt einfach und kürt euch was an er hat aber gesagt er hat keine punkte bekommen ach herr freak du schießt auf den du hast ja die rüffler er hat vielleicht keine punkte bekommen äh fuick geben wir uns wirklich hin schafft das fass ja wenn ein anderer fähiger Todes kann er ja nicht ne spiderman gun holen und da hochfliegen gibt's auch reaper nein reaper ist tot aber Hanky ist gleich tot doch die greifen mich an die verfolgen mich doch hier gerade ok ok die kommen glaube ich von freak ne die stehen doch die ganze zeit bei den anderen ja die greifen freak auch an ja ich kann mich unterriffele aber schlecht wehren ich glaube trotzdem das ist gut kann man die überhaupt zerstören ne die können die warte kann man zerstören aber die greifen nur innocent an das heißt wir drei sind brauche das stimmt nicht wenn es nur noch wenige innocent gibt ne ne die gehen noch auf traitor aber machen dann halt keinen schaden ach die gehen auf traitor und machen keinen schaden ja ach gut also aber am anfang gehen die echt nur auf innocent ok mir haben sie keinen schaden aber wir waren wir auch nicht nah gelungen ne also umso länger die da sind gehen sie dann auch irgendwann auf traitor ok gut es kann immer noch einer sein also die können auch den deadwinger auslösen ne also freak du hast mit auf ihn geschossen oder? ja und der mannack hat mich doch auch gerade verfolgt ja aber das sagt nichts aus weil du keinen schaden dadurch bekommen hast ja das hat keiner von den schaden dadurch bekommen eigentlich ist keiner proof obwohl alle prüven sind ne 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 ich möchte anmerken ja 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 ihr seid doch schön anbringen ich möchte anmerken ich bin prüven ich hab gesagt hanky ist es und der war es auch ich hab auch mit auf handy drauf geschossen warte wer hat das jetzt gesagt? raid 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 okay Oh, das Haar ist hier runtergefallen. Ich warte auf die Runde, wo man zum Haar ja schlafen jetzt. Doch, 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 Hanky dürfte weg sein. Ja, aber weil Reaper keinen Credit bekommen hatte, dachte ich. Ja, wenn dann wäre Hanky ja auch wieder sichtbar gewesen. Hanky war nicht tot. Hanky war im Dead Ringer. Dann hat Hanky Reaper gekillt. Reaper hatte Mirrors. Also ist Hanky jetzt wahrscheinlich auch tot. Ah, okay, alles klar. Und da oben kann natürlich keiner nachgucken. Wo ist die Leiche von Reaper? Äh, hier, wo ich bin. Guckt um, ob der irgendwas dabei hatte, was man gebrauchen könnte. Ich hab gar nichts gefunden. Spider-Man oder so. Ach, nee, er hatte ja ein Fate. Okay, alles klar. Freaky! Ist Freak jetzt oder was? Nein, Vorsicht, Manek, Vorsicht, Manek, wann war. Manek. Nice, Manek. Okay, danke. So, wir bleiben dann noch. Dann sind doch Jojo, Snae. Ja, und Cyber-Bot, der ist auch nicht da. Cyber? Ich würd, wann war, mich und Freak trotzdem nicht ausschließen. Wir wurden ja nicht getroffen von Man-Hacks. Die haben uns nur verfolgt. Freak! Also ich würd mich ausschließen. Ja, ich würde Freak auch ausschließen. Ich versuch mal gerade irgendwie Leichen zu machen. Ja, aber solange wir nicht von Man-Hacks getroffen werden, sind wir ja nicht proven, oder? Solange wir kein Chart-Kick. Also Jojo und Snae haben auch noch gar nichts gesagt, ne? Ne, ja, neben ganz kurz was gesagt, aber dann ist er wieder schlimm. Unten immer noch, auf dem Platz. Unten auf dem Platz? Gibt es irgendwo relativ viel zu erreichen. Snae ist eben in das riesige Haus reingegangen. Da hinten ist gar, da hinten ist irgendwer, da hinten ist irgendwer. Da. Wer ist das? Raid. Achso. Ja. Ja. Snae ist in dem Haus hier drin. In dem hier. Mit der Treppe. Ja, in dem. Ja. War er zumindest. Also in dem kann man ja wussten. Der steht da, der steht da am Fenster. Der Snae steht da am Fenster. Genau. Oh, der hat ein Fenster geschossen. Ja, Snae, alles klar. Wollt nicht. Der meint, ey. Der hat da ganz kurz rausgeguckt. Der meint. Ja, du musst ihn noch geschossen haben. Du hast ganz kurz rausgeguckt und dann warst du wieder drin verschwunden. Ich gehe hoch, okay? Ich gehe hoch, ich komme über das Muni hier drin. Er sagt schon so, was er meint. Aber du musst aufpassen jetzt wegen dem Aufzug, da könnten Minen und alles drin sein. Achso, Raid ist das. Ich dachte, das wäre Jojo. Wir dürfen nicht alle zusammen hochfahren, das macht keinen Sinn. Nee, ich suche hier gerade noch nach Muni, ich konnte schon mal hochfahren. Der Fahrstuhl funktioniert. Oh, der Fahrstuhl funktioniert. Wer will sich opfern? Ich würde mich opfern, aber nicht mit einer Arrival. Ich kann mich damit nicht wehren. Ja, warte, dann komme ich. Ich habe eine AR-15. Ja, ich schweb kann, aber ich habe nur halbes Leben. Ich fahre hoch. Also, ich würde hochfahren mit einer anderen Waffe. Ich fahre hoch, komm, ich fahre hoch. Okay, bis dann. Wir jetzt aber gucken, dass der draußen nicht wegrabbelt oder so, ne? Ja, ich bleibe draußen und gucke. Nee, sie kommen. Sie kommen nicht zu holen. Sie werden dich nicht finden. Was du meinst? Wir sind allein. Äh, ich glaube, der grüffelt sich gerade. Zumindest fliegt hier irgendwas rum. Weil das ist so ein Ding. Nee, Jojo ist ja auch rum. Jojo ist ja auch rum. Hä? Aber Jojo ist wiederbelebt. Ja, wir haben noch drei Traitor. Ja, ja, ja. Äh? Nee, ne, Jojo ist ja wiederbelebt. Was? Jojo lebt wieder? Der war doch schon tot. Krass. Keine Ahnung, auf jeden Fall sind die beiden Traitor. Henki war tot. Jojo glaube ich nicht. Aber Jojo steht bei mir bei den Terroristenarzt, Rota. Äh, ja, ja, er wird mir als Trait angezeigt. Lebt unser Sondereinsatzkommando jetzt eigentlich noch? Nee, ne? Ja, doch. Wo seid ihr denn jetzt? Ja, das sagen wir dir jetzt auch. Wusstest du? Also hier hat sich keiner rausgegrappelt. Echse? Echse hat sich überlebt. Jojo, komm mal her. Beide ist eh gleich vorbei. Jojo, ich zeig dir mal was. Ach, freak. Echse ist tot, ne? Und jetzt guck mal. Ich denke schon. Ah, der springt. Guck mal, da kommt Echse. Wuhu. Da oben kann ich nicht treffen. Jojo, guck nochmal raus. War cool. Schade, hätte ja ein Puck des Geyser sein können. Oh, du isst. Ja. So viel dazu, ne? Ah, jawoll. Das war clever. Oh. Ich dachte schon, wenn da so ein Fass rausfällt, ne? Wie war das nochmal mit dem Guck nochmal raus? Äh, willst du einen Grappelhook haben? Oh. Ich kann mir das nächste Mal rausfallen lassen. Dann hätten die beiden das locker noch gewonnen. Ja, ich bin fast. Slea, ihr hättet das locker noch gewonnen. Ihr hättet einfach zu zweit oben kämpfen müssen und die wären alle einzeln zu euch hochgekommen. Ja, ich schaue mir auf das Ganze. Aber ihr konntet es nicht aushalten und springt als Fass runter. Ja, das macht gar nichts. Das ist jetzt nix, ey. So, letzte Runde. Häng dich nur um drauf irgendwie, dann killst Jojo mich, Jojo wurde von meinem Fade erledigt. Bevor, aber währenddessen hab ich noch mehr Ennex losgeschickt. Mhm. Voll geil. Hab ich gerade mit David nicht spectatet gerade. Das sah voll geil aus. Ich erpuzzle, also schaue ich noch mal Ennex aus dem Fenster. Ja, wenn's nicht anders geht, dann geht's nicht anders. Ja, ich find's klar. Ist das Preparing jetzt plötzlich so lang? Ach, doch nicht. Ja, geil. Mach 10. 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 Mach 7. Also ich mag nicht die 10. LoL. Nein, nein, nein. Ich stehe hier. Jojo, du siehst mich. Ich stehe hier. Ich hab nichts gemacht. Raid? Oder wer ist jetzt gemeint überhaupt? Äh, Raid war gemeint. Ja, Raid steht hier neben mir. Ey. Die ganze Zeit. äh da ist wer tot wer ist hier Freak und Snail was Snail ist hinter mir? ne Snail ist bei mir Freak hier unten liegt alles von der Leichen Leute hier unten liegt alles von der Leichen Reepa ist hier aber Jojo du hast mich gesehen Jojo ist auch tot Jojo du hast mich gesehen Jojo ist auch tot ja äh Raid das sieht grad nicht gut für dich aus ich bin hier grad runter gegangen ja überall sind Leichen alle sterben um dich herum und dann das ist der Fluch des Raids das ist Standard bloß weg von Henki der hat einen Traitorpass heute alle warum killen wir denn da? ja bloß weg von Henki Henki wird ausgestoßen äh wann war's du solltest mal hier mit reingucken glaube ich ja ok wenn du da raus gehst dann ja warte ich geh einmal kurz runter warte ich geh einmal kurz runter aber ja Leute du so Mann ich brauche Muni für die andere Shotgun Cyberbot du hast grad einen mega geschockt kann das sein ja was ist denn wau 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 was ist denn mit mir ja Leute Henki ist es Henki ist es Henki ist er schon in der Raygun wo ist denn der? unten Henki hat ja einen Traitorpass nein ich bin unten mann da ist die Treppe da ist die Treppe da ist jetzt wohl nicht wahr ist der wieder mit dem Dinges hoch gegangen oh Mann ey der hat sich hier wieder auf irgendem Haus vercampt er ist oben hier auf dem Haus er ist oben hier auf dem Haus ich hab nur irgendeinen Repel-Hook gehört aber ich weiß jetzt nicht auf welchem der ist ah hier fliegt er hier fliegt er Leute im Keller liegen ganz viele Leichen. Nein, 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 nein. Im Ernst jetzt? Der letzte ist da hinten. Jawoll! Ich hab grad da, hoch. Dieter, ich bin im Keller. Mach mal, ist abgeholt. Oh Mann, wo ist der jetzt hin? Unten ist einer. Keller oder so. Ja, ich bin im... Leute seid ihr noch Traitor oder was? Ich befürchte. Warte, 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 lass mich da hier. Ja, nur noch wir sind. Komm, Henki. Weißt du, wie ich da hin kann? Komm hoch. Komm hoch. Was? Komm hoch zu mir. Komm hier hoch. Dieter, Dieter, du bist du? Ja. An einem Ort. Wann war? Schade. Ja, äh, ich bin jetzt alleine mit dir. Wann war und Raid noch? So, komm, die beiden kriegen wir noch. Komm mal mit. Wann war, komm. Wo bist du denn? Er belebt grad die anderen wieder. Ich bin, äh, komm auf Hauptplatz. Wann war jetzt? Ähm. Ach, ne. Na, ja, 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 ja. Na toll. Wow. Alter. Hab ihr... Hab ihr... Hab ihr... Oh, Wacke. Irgendwie leckeres gemacht. Hab gesandwiched. Raid? Ja, moi. Und okay, Reaper. Hab ich überhaupt jemanden damit gekillt? Ja, ich hoffe... Ey. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.